Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, der dritte gewaltige Energiewechsel dieses Jahres steht an. Jupiter, der größte und mächtigste Planet unseres Sonnensystems, wechselt aus dem Kampfzeichen Widder in den bodenständigen Stier. Was das für die Welt und für euer Sternzeichen bedeutet, das erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Beitrag über Jupiters Reise durch den Stier erfahrt ihr, was der neue Transit gesellschaftlich und finanziell bedeutet und nachher im Sternzeichenteil gehe ich dann ausführlich darauf ein, wo er seine segensreichen Kräfte bei euch im persönlichen Horoskop entfalten wird. Die Timecodes zu eurem Sternzeichen findet ihr in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes unter dem Horoskope-Shop. Auch zu den anderen großen Planetenwechseln von Pluto und Saturn findet ihr hier alle wichtigen Hinweise. Deshalb vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und auch das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Jetzt geht es um Jupiters neuen Transit und hier nochmal schnell zur Erklärung. Transit bedeutet Durchgang. Wenn ich von dem Jupiter-Transit spreche, heißt das nichts anderes als Jupiters Durchgang oder auch seine Reise durch das Zeichen Stier. Jupiter kommt aus dem Kampfzeichen Widder und wandert nun für rund ein Jahr durch das Venus-Zeichen Stier und zwar vom 16. Mai 2023 bis zum 26. Mai 2024. Das ist der neue Transit. Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht, denn im Stier regiert Liebes- und Finanzgöttin Venus und Jupiter und Venus gelten als die großen Wohltäter unter den Planetengöttern. Insofern sollte sich die Kraft Jupiters im Stier wertschöpfend entfalten. Genuss und schöne Dinge werden hoch im Kurs stehen, vermutlich auch die Liebe zur Natur und die Erkenntnis, wie wertvoll unser Planet doch für uns ist. Das wäre die traditionelle astrologische Bedeutung. Man geht im Allgemeinen davon aus, dass Jupiter im Stier finanzielle Aktionen begünstigt, vor allem Wertanlagen, die mit Immobilien, Grundstückskauf, Nahrungsmitteln und wertvollen Rohstoffen zu tun haben, also den Dingen, die vom Zeichen Stier regiert werden. Der Stier steht ja auch für nachhaltigen Genuss und edle Kleidung. Insofern könnte dieser Transit auch nachhaltige Mode fördern und unser Gefühl für Qualität schärfen. Allerdings könnte das Zusammenwirken von Jupiter und Venus auch dazu führen, dass wir bequem oder sogar träge werden und unsere Augen vor drängenden Problemen verschließen und uns stattdessen lieber ins Genießen flüchten. Der Hang zur Verschwendung könnte sich steigern und gleichzeitig könnten hohe Erwartungen im Raum stehen an unsere Beziehungen und an das, was uns finanziell zusteht. Politiker, die aufgrund der Weltlage zum Verzicht aufrufen, werden einen schweren Stand haben, solange Jupiter im Stier ist. Das nur so für den Hinterkopf, auch für euren eigenen, persönlichen Jupiter-Transit. Lasst euch von Jupiter im Stier nicht zur Bequemlichkeit verführen, sondern denkt weiterhin an das Mantra von Saturn. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Vergesst nicht, dass Jupiter Chancen bringt und Möglichkeiten eröffnet, aber man muss sie auch ergreifen, auf ihren Realitätswert überprüfen und dann umsetzen. Dabei hilft uns Prüfungsplanet Saturn sogar gern, denn er befindet sich während der kommenden zwölf Monate im Freundschaftsaspekt zu Jupiter. Behaltet bitte auch im Hinterkopf, dass sich Erfinderplanet und Revoluzzer Uranus ebenfalls weiterhin im Zeichen Stier aufhält. Das heißt, seine revolutionären Kräfte und die von Wohltäter Jupiter entfalten sich hier in den kommenden zwölf Monaten gleichzeitig und verstärken sich gegenseitig. Und so können einige Entwicklungen ganz plötzlich und unerwartet auftreten. Es kann zu richtig tollen Durchbrüchen kommen. Es können sich rasante Fortschritte ergeben, aber die Dinge können auch außer Kontrolle geraten. Wir müssen also schauen, dass wir in unserer inneren Mitte bleiben und unsere Möglichkeiten immer wieder realistisch einschätzen. Folgendes ist auch noch wichtig zu wissen. Jupiter im Zeichen Stier verhält sich im Hinblick auf die Finanzmärkte nicht unbedingt so, wie man das erwarten würde, nämlich günstig und förderlich. Mein Mann Ray Merriman ist Finanzastrologe und hat das Verhalten der Märkte über Jahrzehnte erforscht und in vielen Studien festgestellt, dass Jupiter im Stier gar nicht mal so positiv auf die Märkte wirkt. Im zwölfjährigen Jupiter-Zyklus beginnt mit dem Transit durch den Stier sogar ein langsamer Abwärtstrend, der seinen Tiefpunkt erreicht, wenn Jupiter sich im späten Krebs und im Löwen befindet und dann langsam wieder aufsteigt. Am besten für die Märkte ist Jupiter im Schützen, im Wassermann, in den Fischen und im Widder. Wenn ihr mehr über die kosmischen Finanzzyklen wissen wollt, dann schaut doch mal auf Rays deutschsprachiger Homepage. Er gibt auch einen kostenlosen wöchentlichen Finanzbericht raus. Den könnt ihr dort abonnieren und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Außerdem muss ich auch erwähnen, dass Jupiters Weg durch den Stier ihn nicht nur durch blühende Landschaften führt, sondern teilweise auch von Herausforderungen gespickt ist. Bitte nicht erschrecken, wenn der Jupiter-Transit gleich zu Beginn ziemliche Turbulenzen auslöst. Direkt mit Jupiters Eintritt in den Stier am 16. Mai gibt es einen Clash zwischen Jupiter und Mars, verstärkt durch Machtplanet Pluto und diese angespannte Phase dauert vom 16. bis 28. Mai. Sie kann mit kritischen Finanzentwicklungen einhergehen, zum Beispiel einer Schuldenkrise oder einem Bankencrash. Gesellschaftlich und auch privat kann es zu Auseinandersetzungen kommen, bei denen jeder Recht behalten will und niemand will zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Gleichzeitig bildet Jupiter aber auch eine positive Verbindung mit Schicksalsanzeiger Mondknoten und das macht Hoffnung, dass sich neue und tendenziell wohltätige Allianzen bilden. Die Konstellation ist auch toll für die Liebe, Freundschaft und neue Partnerschaften. Und diese günstige Phase hält an bis zum 10. Juni. Und weil einige dieser Tendenzen parallel laufen, wird es im Mai und Juni wahrscheinlich ziemlich aufregend. Deshalb tun wir gut daran, uns ganz stiermäßig nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, uns zu erden und uns auf die guten Seiten des Lebens zu konzentrieren. Der Eintritt Jupiters im Stier wird begleitet durch den Neumond im Stier am 19. Mai und ist eine gute Gelegenheit, sich in einer Meditation auf die Kräfte des neuen Jupiter-Transits einzustimmen. Vorschläge für eure Jupiter-Meditation und welche Themen jeweils angesprochen sind, erhaltet ihr gleich im Sternzeichen-Teil. Am 30. Mai mache ich einen Livestream dazu, wie sich Jupiters Aspekte in den kommenden zwölf Monaten gestalten werden. Denn ihr müsst berücksichtigen, dass es eben auch Zeiten geben kann, die trotz individuell günstiger Jupiter-Einflüsse gesellschaftlich, finanziell und politisch kritisch sein können. Und das kann sich dann auch im persönlichen Erleben auswirken. Betroffen sind hier besonders die Zeichen Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann, denn die empfangen die Spannungsaspekte, in die Jupiter verwickelt ist. Auch die Stiergeborenen, die grundsätzlich sehr vom Einfluss Jupiters in ihrem eigenen Zeichen profitieren, werden das wahrscheinlich spüren und sollten sich darauf einstellen. Jetzt dürft ihr auf Jupiters Thron Platz nehmen und wir schauen, wie sich Jupiters Reise durch den Stier für die einzelnen Sternzeichen auswirkt. Dabei ist die Deutung für das Sternzeichen mehr vom Aspekt her, den Jupiter dann für euch bildet und die Deutung für den Aszendenten bezieht sich auf die Häuser. Also schaut mal am besten für beides, um die größtmögliche Menge an Informationen für euch herauszuholen. Ich arbeite derzeit auch fieberhaft an einem neuen Jupiter-Horoskop, in dem ihr individuell erfahren könnt, also auf der Basis eurer Geburtsdaten, wie der große Wohltäter seine Kräfte in eurem persönlichen Horoskop entfaltet. Wenn es fertig ist, erfahrt ihr das natürlich hier und auf allen Social Media. Jetzt beginnen wir mit Jupiters Reise durch das Sternzeichen-Horoskop und es geht los, mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Wenn ihr Sternzeichen-Wieder seid oder einen Wiederaszendenten habt, dürft ihr nun mit einer lang anhaltenden finanziellen Glückssträhne rechnen, denn Wohltäter Jupiter bewegt sich für ein Jahr durch euer kosmisches Geldhaus und das wird sich günstig auf eure finanzielle Situation auswirken. Und so kann euer Vermögen oder euer Einkommen durchaus wachsen, trotz der insgesamt eher schwierigen Finanzlage. Ihr seid selbstbewusst und bereit, Risiken einzugehen und zum größten Teil klappt das auch recht gut. Die Gefahr besteht in der Versuchung, zu viele Risiken zu akzeptieren und euch zu sehr auf euer persönliches Glück zu verlassen. Das gilt zum Beispiel beim Kauf von Finanzanlagen, die an Wert gewinnen. Statt den Gewinn im richtigen Moment mitzunehmen, hofft ihr dann auf noch mehr Gewinn und haltet die Position zu lange oder kauft sogar noch dazu, bis das Blatt sich gegen euch wendet. Das liegt daran, dass auch der unruhige Uranus im Finanzbereich eures Horoskops unterwegs ist. Insofern könnte euer Timing ein Problem sein, obwohl ihr eine Investition richtig einschätzt. Passt auch auf, wenn sich Schnäppchen oder andere gute Gelegenheiten ergeben, ob sie wirklich so günstig sind, wie es im ersten Moment aussieht. Innerlich kann dieser Jupiter-Transit euer Selbstwertgefühl stärken und euch den Mut verleihen, für eure Arbeit auch eine angemessene Vergütung zu verlangen. Ihr könnt den begleitenden Neumond am 19. Mai nutzen, um darüber zu meditieren, welche finanziellen Themen wichtig sind oder wo ihr etwas für euer Selbstwertgefühl tun könnt. Was braucht ihr, um euch innerlich reich zu fühlen? Wo wünscht ihr euch Wertschätzung und Anerkennung? Und was könnt ihr tun, um sie zu erreichen? Dabei wird euch Jupiter unterstützen. Und es könnte auch eine gute Idee sein, euch in Kursen oder auf eigene Faust finanziell weiterzubilden. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr Stiergeborene oder Stier-Aszendenten seid. Ihr erreicht nun das Hoch in eurem zwölfjährigen Jupiter-Zyklus und der große Wohltäter wird für ein Jahr euer Begleiter sein. Ihr seid beliebt, es macht Spaß mit euch zusammen zu sein. Ihr könnt neue Leute kennenlernen, reisen, Geld verdienen und gute Gelegenheiten in euer Leben ziehen. Und das nötige Quäntchen Glück ist auch dabei und macht euch zuversichtlich. Gleichzeitig steht Saturn günstig. Es sollte euch also gelingen, Chancen zu ergreifen und Projekte zu verwirklichen, die euch Erfolg, Beliebtheit und auch mehr Geld bringen. Und so könnt ihr Jupiters positive und wertschaffende Kraft in eurem Leben manifestieren. Im Bereich Gesundheit wirkt sich das auch positiv auf eure innere Haltung und die Vitalisierung von Körper und Geist aus. Alle Maßnahmen, die der Regeneration und Steigerung des Wohlbefindens dienen, sprechen gut an. Zum Beispiel eine Kieselerde-Kur für schönes, volles Haar. Denn unter Jupiter im Stier steht alles im Wachstum. Der große Wohltäter bringt Fülle. Allerdings kann das auch heißen Leibesfülle. Achtet darauf, dass ihr den Bogen mit Essen und Genuss nicht überspannt. Der Jupiter-Transit ist leider keine gute Zeit zum Abnehmen. Erstens verzichtet ihr ja sowieso nicht gern, aber jetzt erst recht nicht. Und zweitens setzt alles, was ihr jetzt genießt, tendenziell stärker an als sonst. Also vergesst Diäten und Kalorien sparen, achtet stattdessen auf eine gesunde, frische und saisonale Ernährung und schaut, dass ihr euer Gewicht haltet. Andererseits könntet ihr nun besser als zuvor Muskeln aufbauen, wenn ihr dafür trainiert. Jupiters Eintritt in den Stier wird begleitet vom Neumond im Stier, nur drei Tage später am 19. Mai. Diesen superwichtigen Neumond solltet ihr nutzen, um über eure ganz persönlichen Wünsche und Entwicklungsschritte für die nächsten zwölf Monate zu meditieren. Wenn ihr Zwillinge oder Zwillinge-Ascendenten seid, wird der große Wohltäter Jupiter bei euch durch das verträumte zwölfte Haus wandern. Jupiter könnte jetzt eine Art innerer Geistführer oder Schamane für euch werden und eure Träume und eure spirituelle Veranlagung stark fördern. Eure Intuition wird angeregt und wenn ihr euch erlaubt, diese intuitive Seite eurer Persönlichkeit weiterzuentwickeln, dann werdet ihr im nächsten Jahr große Fortschritte machen. Das kann auch eine gute Gelegenheit sein, zu üben, stärker mit eurer inneren Stimme in Verbindung zu gehen. Falls ihr den Eindruck habt, dass es schwieriger für euch wird, in der Welt da draußen erfolgreich zu sein oder euch finanziell zu behaupten, verliert nicht den Mut. Der Jupiter-Einfluss im zwölften Haus ist eher subtil und unterschwellig, aber ihr könnt diese Kraft durch Meditation und geistige Arbeit anzapfen. Zum Beispiel könntet ihr euch vornehmen, negative Glaubenssätze, die euch daran hindern, Wohlstand in euer Leben zu ziehen, durch positive Affirmationen zu ersetzen. Dankbarkeitsübungen können euch sehr helfen, den Weg für das Gute im Leben freizumachen. Günstig ist dieser Jupiter-Einfluss auch für karitative Arbeit und indem ihr Gutes für andere tut, kommt auch wieder etwas zu euch zurück. Wunderbar ist der Transit für alle Zwillinge, die spirituell arbeiten. Ihr könnt nun stärker den Wert dieser Arbeit erkennen und Wege finden, dafür entsprechend vergütet zu werden oder einen anderen, fairen Energieausgleich zu erhalten. Falls ihr schon immer eine regelmäßige Meditationsroutine in eurem Leben integrieren wolltet, ist dieser Transit genau richtig dafür. Nutzt den Neumond im Stia am 19. Mai, um euch auf diese besondere Zeit einzustimmen und zu überlegen, wie ihr euch spirituell weiterentwickeln wollt. Kurz darauf beginnt ja auch die Zwillingezeit und ein neues Lebensjahr liegt vor euch. Ihr könnt deshalb in der Neumond-Meditation auch den Samen für das neue Jahr legen. Was hat euch glücklich gemacht und wo wart ihr nicht mit euch im Reinen? Das können aufschlussreiche Fragen für euch selbst sein. Dankbarkeit und Vorfreude sind hilfreiche Schlüssel für das anstehende neue Lebensjahr mit Jupiter. Wenn ihr im Krebs geboren seid oder einen Krebs-Ascendenten habt, wird der kosmische Wohltäter nun für ein Jahr durch euren Freundschaftsbereich wandern und dabei einen günstigen Aspekt zu euch bilden. Und so kann er euch mit Menschen zusammenbringen, mit denen ihr ein kleines oder vielleicht auch größeres Stück eures Weges gemeinsam gehen werdet. Jupiter unterstützt euch bei euren sozialen Kontakten in eurem Umfeld und in Gruppen von Gleichgesinnten. Falls ihr vielleicht im Rahmen des Naturschutzes oder der Gleichberechtigung schon immer mal einer Organisation oder einer Gruppe beitreten wolltet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen. Es ist sogar möglich, dass ihr selbst eine neue Gruppe oder einen Verein gründet, für den ihr den Vorsitz einnehmt. Vor dieser Verantwortung solltet ihr nicht zurückschrecken, zumal ihr gleichzeitig auch noch von Saturn unterstützt werdet. Ihr könnt jetzt viel erreichen und einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten, in der Zusammenhalt so dringend benötigt wird. Andere trauen euch die Führung zu und auch wenn ihr mit dieser Aufgabe vielleicht manchmal hadert. Doch euer Umfeld hat recht. Wenn ihr euch erst mal traut, werdet ihr merken, wie sehr ihr in dieser Rolle aufgehen könnt. Mutig zu sein und euch selbst zu überwinden, wird euch glücklich machen und auch Glück bringen. Dabei stärkt Jupiter auch euer Urteilsvermögen dafür, welche Menschen richtig und gut für euch sind. Ihr könnt den begleitenden Neumond am 19. Mai dafür nutzen, euch in einer Meditation mit eurem Kollektiv zu verbinden und darüber nachzudenken, was man alles Tolles gemeinsam auf die Beine stellen könnte. Falls ihr Ideen oder Inspirationen sucht, werdet ihr in eurem Umfeld sicher fündig werden. Wenn ihr im Löwen geboren seid oder einen Löwe-Ascendenten habt, dann wird der große Förderer und Optimist Jupiter nun für ein Jahr euer kosmisches Karrierehaus aktivieren. Ebenso auch den Bereich eurer Berufung im Leben. Große Projekte, Selbstständigkeiten und völlig neue Lebenswege können sich jetzt zeigen und das nötige Quäntchen Glück ist dann auch noch dabei. Samen, die ihr vielleicht schon vor längerer Zeit gelegt habt, werden jetzt aufgehen. Auch kann sich der Weg eurer wahren Berufung nun viel klarer als sonst für euch zeigen. Dennoch gibt es auch einiges zu bedenken, denn Jupiter wird eine Spannung zu euch bilden und das kann einen Hang zur Übertreibung mit sich bringen. Zum Beispiel könntet ihr ein neues Projekt größer und besser einschätzen, als es wirklich ist. Zudem wirkt Jupiter gemeinsam mit dem unruhigen Uranus. So können Anfragen nach euren Dienstleistungen oder Produkten aus unerwarteten Quellen kommen und dann müsst ihr schnell reagieren. Dadurch könnt ihr durchaus beruflich wachsen und wenn ihr selbstständig seid, ergeben sich neue Wege für Wachstum und Erfolg. Wenn ihr für andere arbeitet, könnt ihr aufgrund eurer Leistung möglicherweise eine Gehaltserhöhung erhalten. Aber ihr müsst auch vorsichtig sein und dürft euch nicht übernehmen. Ladet euch nicht mehr Arbeit auf, als ihr bewältigen könnt. Vielleicht stellt ihr fest, dass die Aufgaben, zu denen ihr euch bereit erklärt habt, mehr Zeit erfordern oder Kosten verursachen als erwartet. Lasst euch nur auf etwas drastisch Neues ein, wenn ihr wirklich alles abschätzen könnt. Finanziell habt ihr aufregende Möglichkeiten, aber ihr könntet Risiken falsch einschätzen. Ihr habt gute Verdienstmöglichkeiten, aber die Einnahmen können unregelmäßig sein oder unerwartete Ausgaben kommen dazwischen. Deshalb seid mit eurem Geld lieber vorsichtig und konservativ. Den Neumond im Stier am 19. Mai solltet ihr für eine Meditation über eure Lebensziele nutzen. Seid ihr auf dem richtigen Weg? Liebt ihr das, was ihr tut? Oder würdet ihr am liebsten eine neue Richtung einschlagen? Das sind Fragen, die jetzt für euch spannend sind. Wenn ihr in der Jungfrau geboren seid oder einen Jungfrau-Ascendenten habt, dürft ihr euch freuen, denn der kosmische Wohltäter bildet für zwölf Monate einen großartigen Aspekt zu euch und das gemeinsam mit dem aufregenden Uranus. Dadurch seid ihr offen, experimentierfreudig und habt tolle Ideen, was wiederum auf andere Menschen faszinierend wirkt. Eure Beliebtheit und Ausstrahlung blühen auf und neue Menschen suchen eure Nähe. Die Planeten aktivieren auch euer Fernweh, schicken euch auf Sinnsuche und wecken euer Interesse an fremden Kulturen, Glaubenskonzepten und Philosophien. Besonders wenn ihr unterwegs seid, auf Reisen oder beispielsweise bei einer Fortbildung, also immer dann, wenn ihr eure Komfortzone verlasst und neue Horizonte auftut, könnt ihr interessanten Menschen begegnen. Falls ihr Single und auf der Suche seid, kann euch das auch eine spannende neue Beziehung bescheren. Euren Horizont zu erweitern und euch für viele Dinge zu interessieren, liegt euch ja sowieso. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, um mutig zu sein und vielleicht noch einen Schritt weiterzugehen. Setzt eure Gedanken in die Tat um. Ein längerer Auslandsaufenthalt, um eine Sprache zu lernen oder ein Projekt im Bereich Umweltschutz zu beginnen, das wären zum Beispiel super Möglichkeiten, die euch nach vorne bringen würden. Es ist übrigens auch ein toller Aspekt, falls ihr schon immer ein Buch schreiben wolltet oder wenn ihr selbst lehrend und in der Bildung tätig seid. Jupiter wird euch auch beruflich fördern. Eure Expertise ist gefragt und euer Einkommen kann sich steigern. Eure Skepsis und Vorsicht gegenüber dem Unbekannten rücken in den Hintergrund und ihr fühlt euch mutiger und optimistischer als sonst. Gut so, genießt es. Der Neumond im Stier am 19. Mai ist ideal, um über eure Vorhaben der nächsten zwölf Monate nachzudenken. Schickt euren Geist in einer Neumond-Meditation auf Reisen und öffnet euch für Eingebungen aus dem Universum. Alle Themen, die zum Beispiel mit Natur und Kultur zu tun haben, werden euch in der nächsten Zeit besonders interessieren und ihr werdet viel über die Zusammenhänge lernen können. Für euch vage Geborenen und vage Aszendenten aktiviert Wohltäter Jupiter den Bereich eurer Werte und Verbindlichkeiten, die ihr mit anderen habt. Das kann eine sehr erfolgreiche Zeit für gemeinsame Finanzen werden, sei es privat in euren festen Beziehungen oder auch in beruflichen finanziellen Partnerschaften. Falls ihr zum Beispiel eine größere gemeinsame Anschaffung mit euren Herz allerliebsten plant, ist dies das richtige Jahr dafür. Ihr könnt nun zusammen Werte aufbauen, die Absicherung eurer gemeinsamen Zukunft gestalten und ein neues Selbstbewusstsein als Paar entwickeln. Es ist auch eine gute Zeit, um eure laufenden Verträge zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Ihr könnt neue und lukrative Vereinbarungen treffen. Vielleicht ist es aber auch aufgrund des gleichzeitigen Einflusses von Freiheitskämpfer Uranus nötig, Verträge aufzulösen, die euch zu sehr binden und einengen. Jedenfalls habt ihr es wahrscheinlich überwiegend mit wohlwollenden und interessanten Verhandlungspartnern zu tun. Vielleicht verspürt ihr auch den Wunsch, eurem Nachwuchs vorab schon mal was vom Erbe zukommen zu lassen. Und warum auch nicht, wenn ihr die Mittel habt? Falls ihr zurzeit noch in einer lockeren Beziehung seid, kann die sich nun in den kommenden Monaten vertiefen und festigen und ihr überlegt vielleicht, den Bund fürs Leben einzugehen. Nicht zuletzt kann Jupiters Transit eine Zeit sein, in der ihr mit euren festen Beziehungspartnern neue Dimensionen der Erotik auslotet oder Tabus überwindet. Teilt eure Geheimnisse miteinander. Das verbindet. Wenn ihr euch beide für Spiritualität interessiert, ist das eine tolle Zeit, um gemeinsam euer okkultes Wissen zu erweitern. So könnt ihr am begleitenden Neumond am 19. Mai zum Beispiel miteinander meditieren oder darüber sprechen, wie ihr eure gemeinsame Zukunft gestalten wollt. Falls ihr alleinstehend seid, würde es sich anbieten, um Eingebungen zu bitten, welche Geheimnisse ihr tiefer erforschen wollt oder auf der praktischen Ebene, wie ihr eure Zukunft absichern wollt. Für euch Skorpiongeborene und Skorpion Aszendenten wird Jupiter für die nächsten zwölf Monate durch euer kosmisches Partnerhaus laufen. Er bringt euch inspirierende Kontakte, wichtige Seelenpartner und lässt euch eure bestehenden Beziehungen in einem neuen optimistischen Licht erscheinen. Bis zum Sommer ist die Energie besonders stark, solange sich auch der Mondknoten noch in eurem Partnerhaus aufhält, der ebenfalls Begegnungen mit Seelenpartnern anzeigt und verspricht. Für Singles sind in den kommenden zwölf Monaten die Chancen signifikant erhöht, neues Liebesglück zu finden und dafür braucht ihr gar nicht viel zu tun. Die Menschen kommen auf euch zu, weil sie euch interessant finden, euch zuhören und eure Meinung wissen wollen. Auch neue Freundschaften können so entstehen und euer bisheriger Freundeskreis dürfte sich unter dem Einfluss von Jupiter erweitern. Viel versprechende Zeiten sind hier im Mai, Juni und Juli und auch im Oktober und während des gesamten Dezembers stehen eure Liebesaktien richtig gut. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, ist es auch möglich, dass euer Partner oder Partnerin eine gute Gelegenheit zum Aufstieg erhält. Auch beruflich bringt Jupiter spannende Chancen. So könnten euch besondere Projekte oder der Wechsel eurer Arbeitsstelle angeboten werden. Hier ist es jedoch aufgrund des gleichzeitigen Einflusses von Uranus auch wichtig, genau hinzuschauen. Bevor ihr akzeptiert, stellt sicher, dass ihr nicht etwas überschätzt und dass die Person, die das Angebot macht, die positiven Seiten nicht übertreibt. Schaut genau hin, ob es für euch passt, dann könnte es eine große Sache sein. Besonders spannend ist hier die Zeit im März und April 2024. Der Neumond im Stier vom 19. Mai aktiviert alle Partnerschaftsthemen und so können sich hier schon die ersten Neuanfänge zeigen. Ihr könnt die Neumond-Energie in einer Meditation nutzen, um über eure Wünsche und Träume hinsichtlich Partnerschaften und Beziehungen nachzudenken. Wenn ihr Single seid und euch eine neue Beziehung wünscht, dann ist dies der beste Neumond des Jahres, um eure Wunschpartnerschaft zu manifestieren. Und wenn etwas in bestehenden Beziehungen geheilt werden muss, eignet sich die Energie dafür ebenfalls wunderbar. Für euch Schützegeborene und Schützeaszendenten ist natürlich immer ganz besonders wichtig, was Jupiter macht, denn als Herrscher über das Schützezeichen ist er euer Regent und Schutzpatron. Wenn er nun in den Stier geht, kann euch das zunächst vielleicht etwas langweilig erscheinen, weil der Stier ja ein Erdzeichen ist und Jupiter sich dann möglicherweise nicht mehr so feurig und optimistisch für euch anfühlt. Aber er kann eine ganz neue Art von Realitätssinn und Qualitätsdenken in euer Leben bringen. Der Wohltäter wird nun für die kommenden zwölf Monate euer kosmisches sechstes Haus der Alltagsgestaltung und der täglichen Arbeit aktivieren. Das klingt vielleicht nicht besonders abenteuerlich, aber es ist eine gute Gelegenheit, um ganz viel über eure Gesundheit und eure täglichen Routinen zu lernen und sie zu optimieren. Schützegeborene neigen dazu, recht sorglos mit Gesundheitsthemen umzugehen. Doch jetzt könnte es euch direkt Spaß machen, mal über sowas wie eine Ernährungsumstellung nachzudenken oder eine ungesunde Gewohnheit wie zum Beispiel das Rauchen durch eine neue, bessere Gewohnheit zu ersetzen. Auch eure mentale Fitness sollte euch am Herzen liegen und so können die nächsten zwölf Monate eine gute Zeit sein, um mehr Yoga und Meditation in eurem Leben zu integrieren oder euch durch gute geistige Nahrung zu stärken. Oder wolltet ihr immer schon euch einen großen Hund oder ein Pferd zulegen? Dann ist die Zeit dafür ebenfalls perfekt. Auch an eurem Arbeitsplatz könnt ihr Verbesserungen erreichen und dafür sorgen, dass sich die vielen Neuerungen, die Uranus bringt, zu eurem Nutzen integrieren lassen. Und wenn ihr euch in eurer Arbeit nicht mehr wohl fühlt, könnt ihr im Laufe der nächsten zwölf Monate auch einen neuen Job finden, der mehr Erfüllung und vielleicht sogar mehr Geld bringt. Über all diese Themen könnt ihr wunderbar zum Neumond im Stier am 19. Mai meditieren. Überlegt doch mal, welche neuen Abläufe ihr in eurem Alltag spannend findet würdet, zum Beispiel ein neues Sportprogramm oder was eure Gesundheit stärkt und wie euer Traumjob aussehen sollte. Für all solche Projekte erhaltet ihr in den kommenden zwölf Monaten super kosmische Energien. Wenn ihr im Steinbock geboren seid oder einen Steinbock-Ascendenten habt, ist der Übergang von Jupiter in den Stier eine großartige Nachricht für euch. Der Glücksplanet steht dann für ein Jahr ganz wunderbar und schenkt euch günstige Chancen auf vielen Ebenen. Persönlich, für eure Herzensprojekte, sportlich und für die Vitalität, in der Liebe und auch beruflich sowie finanziell. Gleichzeitig wird Jupiter euch daran erinnern und auch dabei unterstützen, mehr Genuss und Lebensfreude in eurem Dasein zuzulassen. Wenn ihr das Glück habt, kreativ und selbstbestimmt arbeiten zu können, kann das natürlich auch euer Job bzw. eure Karriere sein. Jupiter kann euch beruflichen Erfolg bringen und eure Beliebtheit ankurbeln. Das ist ideal, falls ihr viel Kontakt mit Menschen habt oder beispielsweise in den sozialen Medien tätig seid. Ihr könnt sogar eure Umsätze mit einer Tätigkeit steigern, die euch auch noch Spaß macht. Besser geht's nicht. Außerdem stehen auch noch Businessplanet Saturn, Erfinderplanet Uranus und Fantasieplanet Neptun vorteilhaft zum Steinbockzeichen. Ihr habt also wirklich das große Los gezogen. Freut euch auf eine äußerst produktive Phase, in der ihr in vielen Bereichen vorankommen könnt und Anerkennung erhaltet. Eventuell müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr es nicht übertreibt. Sei es, dass ihr euch zu viele neue Projekte auf einmal vornehmt oder dass ihr euch zu viel des Guten tun wollt. Es könnte tatsächlich sein, dass eure natürliche Fähigkeit zum Maßhalten und zur Kontrolle euch ein wenig abhanden kommt. Aber wenn ihr das im Auge behaltet, dürft ihr euch auf den Jupiter-Transit wirklich freuen. Ihr könnt den Neumond am 19. Mai nutzen, um darüber zu meditieren, wie ihr diese wertvolle Phase gestalten wollt, welche Vorhaben euch am wichtigsten sind und was jetzt Neues und Genussvolles in eurem Leben Platz finden darf. Schreibt euch am besten alles auf, damit ihr einen guten Plan habt. Für euch Wassermanngeborenen oder Wassermann-Ascendenten wird Jupiter durch das kosmische Familienhaus laufen und eure Wurzeln und euren Familienzusammenhalt stärken. Auch Uranus im Stier ist hier schon länger unterwegs und zeigt langfristig wichtige Veränderungen an. Jupiter kann euch nun in den kommenden zwölf Monaten Energie und Optimismus für solche anstehenden Veränderungen schenken. Und er bringt auch Wachstum und Erweiterung. Zum Beispiel einen Umzug in eine größere Wohnung oder vielleicht denkt ihr auch über einen Kinderwunsch nach und wie ihr für die neue Seele Platz in eurem Leben schaffen könnt. Bei solch schönen Vorhaben könnt ihr von Jupiters Kräften profitieren. Allerdings wirft er, genau wie auch Uranus, einen Spannungsaspekt zum Wassermannzeichen. Ihr könntet es also übertreiben damit, was ihr alles vorhabt und euch übernehmen, weil ihr eure Kräfte überschätzt. Auch könnte es Zeiten geben, in denen euer Urteilsvermögen nicht das Beste ist. Besonders jetzt im Mai, im Oktober und November und auch im April 2024. Dann neigt ihr dazu, nur das Positive in einer Situation zu sehen und eventuelle Nachteile zu verdrängen. Eine detailgenaue Einschätzung von Situationen ist aber wichtig. Bevor ihr also Änderungen vornehmt, solltet ihr gründlich prüfen, was damit alles zusammenhängt und wie ihr das regeln wollt. Finanziell kann dieser Aspekt einen Hang zu Spekulationen mit sich bringen. Da solltet ihr vorsichtig sein. Doch wenn ihr realistisch bleibt und eure Vorhaben auch gründlich durchrechnet, werdet ihr in den nächsten zwölf Monaten sicherlich große Fortschritte machen können. Und dabei dürft ihr auch mit Hilfe und Unterstützung seitens eurer Familie rechnen. Der Neumond am 19. Mai eignet sich gut für eine Meditation über diese Themen. Was brauche ich, um eine gute Basis im Leben zu haben? Bin ich in meinem Zuhause gut aufgehoben? Möchte ich mich verwurzelt und sicher fühlen oder brauche ich eher mehr Freiraum zu Hause? Auf solcher Art Fragen könnt ihr Antworten erhalten. Wenn ihr in den Fischen geboren seid oder einen Fischer-Ascendenten habt, wird Wohltäter Jupiter euch dazu anregen, offener auf Menschen zuzugehen und eure Meinung deutlicher zu äußern. Haltet ihr euch normalerweise mehr zurück oder seid eher schüchtern? Der Einfluss von Optimist Jupiter kann euch hier selbstsicherer machen, während ihr mit Saturn in eurem Zeichen auf Meisterschaftskurs seid. Ihr könnt in den kommenden zwölf Monaten über euch selbst hinauswachsen und neue Wege der Kommunikation und des Lernens gehen. Falls ihr mit Text und Sprache arbeitet, zum Beispiel als Autorin oder Blogger oder wenn ihr in den sozialen Medien aktiv seid, wird das eure Schaffenskraft anregen und eure Community vergrößert sich. Gemeinsam mit Erfinderplanet Uranus kann Jupiter nun auch eure Karriere antreiben. Ihr habt eine Fülle neuer Ideen und die meisten davon sind aufregend. Seid auch offen für die Idee einer anderen Arbeit, einer neuen Rolle in eurer aktuellen Firma oder einer völlig neuen Position. Auch finanziell ist der Jupiter-Aspekt vorteilhaft für euch. Falls ihr ein neues Auto, ein Smartphone oder einen Computer braucht, werdet ihr wahrscheinlich die Möglichkeit und die Mittel haben, einen solchen Kauf zu tätigen. Und euer Netzwerk könnt ihr auch weiter ausbauen, denn die Menschen machen gerne Geschäfte mit euch und das beruht auf Gegenseitigkeit. Jeder möchte Teil eures Teams sein bzw. euch im Team haben. Wichtig ist nur, dass ihr eure Zeit gut einteilt und nicht aus lauter Begeisterung zu viele Projekte auf einmal annehmt. Daran erinnert euch Saturn in eurem Zeichen. Ihr müsst eure Kräfte gut einteilen. Aber insgesamt dürft ihr euch auf eine schöne Phase mit Jupiter freuen. Und so könnt ihr dann den Neumond am 19. Mai nutzen, um darüber zu meditieren, welche schönen Dinge ihr in Angriff nehmen wollt. Am besten ihr setzt auch gleich Prioritäten, damit ihr euren inneren Kompass auf die Dinge ausrichtet, die euch wirklich wichtig sind. Das waren meine Gedanken zu dem neuen Jupiter-Transit durch den Stier und wie er sich für die zwölf Sternzeichen und Aszendenten auswirkt. Schaut euch bitte auf jeden Fall auch den Livestream zu den kritischen Phasen und den Highlights mit Jupiter im Stier an, um euch zu informieren, zu welchen Zeiten es eventuell auch brenzlig werden kann, wenn der große Wohltäter in schwierige Aspekte verwickelt ist. Ansonsten empfehle ich euch auch gerne nochmal die Videos über Saturn in den Fischen und Pluto im Wassermann. Alles Gute mit den Sternen!